Kann ich jetzt mal sehen? Ich bin so offen dran. Das ist der Hammer, aber ich weiß nicht, dass der Eurotik mich ein bisschen verstanden hat. Entschuldige, ich kenne auch einiges zum Überziehen, aber das war erstens nicht so groß. Nicht mal in XXL. Ja, na super. Und wie, versteht ihr euch schon? Kommt ihr zurück? Und schon. Felix! Felix! Ja, ist okay, ich wohne auch noch zu Hause. Also, da habe ich kein Problem. Aber sag mal, Maggie, Angst von Tobias den Hobbys ist ja ein Teil nichts. Na, das ist glaube ich nicht die, aber es kann man wissen. Was ist schweinlich? Hm, was magst du? Also, ich stehe mir auf Hip-Hop, Hausmusik und ganz Katschop-Katz. Mann, bist du neugierig, Böckchen? So ein Glück, dass Feli so lieb ist. Gibt's ja gar nicht. Aber ansonsten sind wir in der Hauptliste auch sehr interessant. Ich bin so ein Glück, dass Feli so lieb ist.